Letztes und letztes Rennen, für mich das absolute Highlight. An 50 Meter haben sich jetzt alle die Zähne ausgebissen. Ich glaube aber, dass heute mal mit 75 Meter einer gewinnt. Ja, ich habe eigentlich gesagt, ich will mit 50 Meter keine mehr starten, aber jetzt probiere ich es mit Hulpes mit 75 Meter. Aber ich denke mal, schon aufgrund der Distanz von 2600 Meter wird es ein bisschen leichter. Aber man soll es auch nicht unterschätzen. Du musst da schon an die vorderen Pferde irgendwann rankommen. Dann hat er natürlich klasse genug, dass er dann drüber geht. Aber es ist kein Elfmeter auf alle Fälle. Hatte nur 50 Meter hört sich schwer an, aber der lange Weg, glaube ich, spricht eher für dein Pferd, oder? Ja, ich mag es gerne lange. Und vor allem, wenn man, muss man jetzt am Startern unterwegs nicht gleich Vollgas gehen, die ganze Zeit. Man kann sich das Ganze erstmal in Ruhe anschauen und dann irgendwann die letzten 1000 oder 1500 Meter die Initiative ergreifen. Er ist dann schon stark, wenn er die ersten 1000 Meter ein bisschen in Ruhe gelassen wird. Und dann kann er schon richtig antreten.